Jupiter ist mit einem Äquatordurchmesser von etwa 143.000 Kilometern der größte und zugleich masserechste Planet in unserem Sonnensystem. Er ist der fünfte Planet mit einer annähernd kreisförmigen Umlaufbahn um die Sonne. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt Jupiter 11 Jahre, 315 Tage und 3 Stunden. Jupiter zählt zu den Gasplaneten mit einer instabilen Oberfläche, besitzt schwache Ringe und hat zahlreiche natürliche Begleiter. Die Rotation des Jupiter ist mit etwa 10 Stunden die schnellste aller Planeten in unserem Sonnensystem. Dieses hat auch zur Folge, dass es aufgrund der Fliehkräfte zur Abflachung an den Polregionen führt. Außerdem rotiert Jupiter als Gasplanet nicht wie ein starrer Körper, sondern seine visuell beobachtbare Oberfläche befindet sich in differentiler Rotation. Das Magnetfeld des Jupiter ist das größte aller Planeten und ist schätzungsweise 10 bis 20 mal so stark wie das Erdmagnetfeld. Die Oberfläche des Jupiter zeigt sich in verschiedenfarbigen Bändern, Streifen und Wirbeln von Wolken, welche sich mit einer Geschwindigkeit von über 300 Kilometer pro Stunde über den Planeten bewegen. Der große rote Fleck auf dem Planeten Jupiter ist der größte Wirbelsturm des Sonnensystems und wird seit etwa 1870 von Astronomen beobachtet. Er ist so groß, dass der gesamte Planet Erde komfortabel hineinpassen würde. Seit Jahren schrumpft der Wirbelsturm, er verliert dabei seine ovale Form und wird runder. Derzeit hat er einen Durchmesser von etwa 16.000 Kilometern. Die vier größten Monde, Io, Europa, Callisto und Ganymede mit Durchmessern zwischen 3.122 und 5.262 Kilometern werden auch als die galiläischen Monde bezeichnet. Jupiter besitzt 79 bekannte Monde, welche in mehrere Gruppen unterteilt werden. 2009 프ch